Ich wollte dich fragen, was sind deine fünf Lieblingsbücher? Also, was dir jetzt so in den Kopf kommt, kann sich ja immer ändern. Der Alchemist. Top, also Nummer eins oder keine Reihenfolge? Doch, okay, keine Reihenfolge, aber ich würde schon sagen so. Okay, einer der oberen. Genau. Dann, vom Winde verweht, maximal Liebesroman, dieses Graue. Das ist aber schon vom Winde verweht, kitschig, oder? Ja, das Buch ist, also es ist schon natürlich Liebe und so weiter, aber das Buch ist einer der heftigsten Liebesromanen, die ich jemals gelesen habe. Weil du musst dir vorstellen, es geht um den Krieg zwischen, es ist Bürgerkrieg in Amerika zwischen New York und, also Süd und, nee, Nord, Süd. Auf jeden Fall hier in New York und Texas und so weiter. Und du musst dir vorstellen, damals unten, diese ganzen Texas und so, die waren ja maximal rassistisch. Ja. New York und so weiter, die waren schon ein bisschen vorgeschritten. Die wollten so dieses Kaberei wegmachen und so weiter. Und in dieser Kriegszeit und so weiter ist ein Mädchen, die lebt in einem sehr reichen Ort oder die hat eine reiche Familie und die hat auch so viele Schwarze, die so Baumwoll pflücken und so weiter. Okay, Sklaven einfach. So Sklaven und so weiter. Und dieses Mädchen verliebt sich in so einen jungen Mann und so weiter. und dieser Junge hat sich aber in ein anderes Mädchen verliebt und geht zusätzlich noch in den Krieg. Und in diesem Konstrukt… Wow, komplett innerer, äußerer, mittlerer Konflikt. So, und dann kommt der äußerliche Konflikt, dass Krieg ausbricht und die ist maximal reich gewesen und ist dann komplett arm gewesen danach, sodass sie wirklich nichts mehr hatte und so weiter. Und dann in dieser Geschichte passiert das auf, also in dieser Geschichte muss sie dann mit der Frau leben, von dem Mann, in dem sie verliebt ist. Und wie kommt das zusammen? Und die ist in diesem Mann verliebt und lebt einfach mit seiner Frau. Und die hasst diese Frau maximal und so weiter. Und ja, also ich will jetzt nicht viel spoilern und so weiter, aber das Buch ist tausend Seiten, also ich glaube so neunhundert Seiten dick und ich habe das, glaube ich, in zwei Monaten durchgebrettert, weil das Buch so spannend ist, aber maximal rassistisch auch, muss man sagen. Ja, das ist älter, ja. Ich habe noch nie so viele Beleidigungen von Schwarzen gesehen in diesem Buch. Das ist, das Buch ist richtig rassistisch. Man muss damit umgehen, ist natürlich klar, damals zu damaliger Zeit, also die haben die Schwarzen wirklich so dargestellt wie so dumme Menschen einfach so, wie sie auch wirklich damals gedacht haben. Aber wenn man das ausblendet und so weiter, ist die Geschichte schon sehr, sehr, sehr krass. Dann, Top 3 ist der Fänger von Roggen. Das ist ein junger Mann, ist in der Uni und sagt von heute auf morgen, hey, wisst ihr was, ich packe meine Koffer. Ich will nicht mehr studieren, ich will nichts mehr machen und so weiter. Ich will jetzt reisen. Und vor der Reise will er aber noch seine Eltern besuchen. Und es ist ein Buch, es ist, also es passiert eigentlich gar nichts. Es ist einfach nur... Es ist nur dieser Besuch. Nur dieser Besuch. Er steigt im Zug ein und fährt zu seinen Eltern. Nur diese Geschichte. Und am Ende ist er da und so weiter und das Buch auch schon zu Ende. Aber was da passiert, die Unterhaltungen, die Art, wie der schreibt, was er sagt und so weiter, es ist maximal, holt sich das Buch ab. Okay, krass. Es ist eigentlich, es passiert nichts im Buch so, nichts Besonderes. Er verliebt sich nicht oder stirbt oder irgendwas, passiert nichts. Aber das Buch ist so krass. Und reflektiert er da über seine Gedanken oder was macht er? Richtig, er redet mit anderen Leuten. Aber es ist einfach, wie der Mensch das geschrieben hat, dieser Autor das geschrieben hat, es ist einfach krass. Du denkst, du bist drin in diesem Raum und du hörst die Gespräche mit und so weiter. Und manchmal musst du lachen, manchmal bist du traurig und so weiter, manchmal bist du wütend und so. Und das ist einer der meistverkauften Bücher aller Zeiten. Das hat sich irgendwie 50, 60 Millionen Mal verkauft. Uff, einfach mehr als Koran, Alter. Stell dir vor, so Roman überholt Koran und Bibel. Ich will auch irgendwann mal vielleicht auch ein Buch, aber da kommen wir gleich vielleicht dazu. Jedenfalls, genau, Finger von Roggen. Wie heißt das? Fänger oder Finger? Der Fänger. Von Roggen? Von Roggen, ja. Okay. Von wem? Boah, ich weiß nicht, mit Namen richtig schlecht, muss ich sagen. Dann, Top 4 ist Lolita. Lolita. Davon gab es auch einen Film, glaube ich, ne? So ein alter Mann mit so einer jüngeren. Ja, ja. Ja, den Film habe ich gesehen. Ja, ja. Also das ist aber sehr, also wenn ich das sage, die Leute gucken mich an und denken so, was ist los mit dir? Okay. So. Ja, ja. Aber das Buch, also wenn wir nur Kunst bewerten und so weiter, A, Skandal. Guck mal, du bist mit einem Dreißig zusammen, du bist von 40 und so. Was ist los mit dir? Nee, aber damals war das so ein Tabubruch und die Geschichte ist halt so krass und der Typ, also der schreibt ja als dieser Typ und seine Gedanken so zu verfolgen und so weiter, warum er in den Dreißigrigen hat und so weiter. Das ist heftig, wenn Autoren es wirklich schaffen, so Gedanken so klar, kristallklar zu zeigen, sodass du denkst, okay, ich verstehe jetzt, warum. Ja, aber du musst verrückt sein. Also ich bin auf jeden Fall krank, muss ich sagen, weil manchmal, also es ist mir auch sehr, sehr oft passiert, dass ich ein Buch schreibe und ich bin Gedanken verfallen über diese Person, ich muss weinen, weil mich diese Szene so mitnimmt und so weiter. Weil sie sich so in den Kopf versetzt. Ja, aber also manchmal, wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe und die Geschichte ist sehr, sehr traurig, ich wüsste, ich bin vielleicht für eine Woche, ich komme nicht mehr klar. Boah, hart. Eine Geschichte halt sehr, 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 sehr ein mitnimmt und du musst halt als Künstler so... Es gibt so ein Buch von Stefan Zweig, ich weiß nicht mehr welches das war, ich habe viel von Stefan Zweig gelesen, eigentlich fast alles. und da hat er so aus der Situation oder aus dem Kopf von Kindern geschrieben. Krass. Und das ist ja wirklich, man denkt so, wie will man aus dem Kopf von Kindern schreiben? Also es ist wirklich, man stellt sich das schon so schwer vor, aber es ist so realistisch, dass ich sogar mir dachte, boah, ich habe als Kind so gedacht. Ja, ja. Dass ich so Flashbacks hatte, so ich so, genauso habe ich gedacht, als ich kein Kind war. Das ist wirklich krass. Das ist Kunst. Und wenn du sowas hast, dann sage ich immer so, du musst ein krasses Buch haben und dann kommt das auch. Und als fünftes würde ich sagen, das Parfum. Das Parfum kenne ich sogar. Das Buch ist, es gab und gibt kein Buch auf dieser Welt, der Gerüche so erklären kann, dass du das, du riechst das im Buch. Also der definiert die Gerüche so krass, du riechst das. Du denkst, okay, krass, ja, ich rieche das. Also das ist ein Junge, ihr müsst euch das vorstellen, der wird geboren und seine, seine, er hat keine Mutter, also der hat schon eine Mutter, aber die Mutter so mäßig hat ihn so weggeschmissen, direkt nach Geburt so weg. Und hat aber überlebt. Und seine Mutter wurde dafür dann umgebracht. Die Mutter war ein bisschen crazy, oder was? Ja, die Mutter, so ist eine, sie hat mit denen, denen was gehabt und so weiter, schwanger und dachte sich, was ist das, so weg damit, so in den Müll. Und der Junge wurde dann gerettet und der hat so eine Entwicklung schon als Junge entwickelt, dass er Gerüche sehr stark wahrnehmen kann. Und das ist eigentlich ein Talent. Aber kann auch scheiße sein, wenn du schlechte Sachen riechst. Richtig. Ja. Wenn jemand vor dir frutzt und so weiter. Du so, boah, Bruder. Das hast du gegessen. Du riechst nicht diesen Frutzt, du riechst Erbsen, du riechst das und so weiter. Alles, was er da drin hat und so weiter. Du hast gestern das Gäste, das ist von mir. Und der Junge wird dann später zum Mörder, weil der wollte immer in seinem Leben das perfekte Parfum entwickeln. Ein Parfum, das die Sinne beraubt. Und der hat dann irgendwann mal, ist er Schüler geworden von irgendeinem Maniak, der hat auch so ein Parfumlein gehabt, aber bei ihm lief nicht. Gar nicht. Und der ist dann zu ihm hingegangen und hat gesagt, guck mal, ich mache dir diese maximale Parfum, mache ich dir. Lass mich nur bei dir arbeiten, lass mich tun und lass meine Fantasien so. Der hat gesagt, okay, nimm alles, was du willst, mach mir diese Parfum. Und der hat immer seinen Keller, hat ihm so Parfums gemacht und so weiter. Und er hat das dann unter seinem Namen verkauft und er wurde richtig, richtig reich. Ach. So. Und dann ist es so, dass er immer kranker und kranker wurde, also verrückt. Und er wollte dieses eine Parfum haben, das die Sinne beraubt. Und was macht er? Jeder von uns hat ja auch selbst einen Geruch. Und man sagt, umso hübscher eine Frau ist, umso schöner riecht diese Frau. Okay, jetzt wird es ein bisschen crazier da. Und was macht er? Der holt sich die hübschesten Frauen, am besten Jungfrauen und junge, also jungpubertierende Frauen, tötet sie, packt sie in so einen chemischen... Hast du gerade gesagt, tötet die? Ja, ja, tötet sie. Wow. Packt sie in so einen chemischen Dings rein und so einen Prozess und so weiter. Um den Duft zu extrahieren. Genau, um die Duft, genau. Und macht dann... Bruder, warst du das für ein kranker Typ? So, und macht dann daraus diesen einen Parfum. Warst du das geil? Ja. Kannst du sagen, es ist gut, riecht es? Ja, warte, warte. Und dann hat er es geschafft, diesen Parfum zu machen. Geschafft. Das war ein maximaler Parfum. Und dann gab es irgendwann mal eine Aufruhe, weil so junge Frauen sterben. Irgendein Serienkiller. Alle sterben und so. Und die dachten, okay, weißt das und so. Und der hatte ihn mal so ausgetrickst und dann wurde er irgendwann mal verhaftet. Und dann hat er diese eine Flasche, hat er in seiner Husentasche gehabt und so weiter. Und dann vor, bevor er umgebracht wird, was macht er? Er schafft es irgendwie, diese Flasche aufzumachen und diesen Parfum wegzuwerfen. Nein, nein, nicht zu vergießen. Also fällt und so weiter. Die Tropfen gehen raus. Und dieses Parfum ist so stark, dass alle Menschen umherum, also die ganze Masse sich angefangen haben, nackt auszuziehen. Und dann gegenseitig sich auseinanderzunehmen, so Sex zu haben, zu küssen. Also Max, die waren komplett lost. Die küssen sich und was passiert? Die vergessen den. Die vergessen den, der flieht. Aber das Parfum ist so stark, dass die Leute unter einer Trance verfolgen und sich anfangen selber zu killen. So. Bruder. Und das Ende kann ich aber nicht verraten und so weiter. Das war nicht mal das Ende? Nee, das Buch geht es noch weiter. Wow, wie heißt das, hast du gesagt? Das Parfum. Das musst du direkt lesen. Wie krank, Alter. Das ist ein Buch, ich habe noch nie in meinem Leben wirklich so, also dieser Autor, also ich komme nicht einmal annähernd an so eine Art zu schreiben ran. Weil der beschreibt die Sachen, die Steine, die Gerüchte, das Wasser. Also der beschreibt sogar, wie er diesen Parfum zusammenmixen und so weiter. Wie, also das ist für mich, das ist krank. Die Frage ist auch manchmal so, Decker, also manchmal ist es so detailliert, dass du dir denkst, das könnte man jetzt einfach so nachmachen. Er hat einfach Anleitungen geschrieben. Richtig, ja. Wie lange beschäftigen sich Autoren mit so Sachen, weil, Bro, es gibt ja Sachen, du weißt nicht, zum Beispiel, du willst jetzt über einen Handwerker schreiben, aber du hast keine Ahnung über ein Handwerk. Bro, damit jetzt ein Handwerker das liest und sich denkt, ja, das ist realistisch so, muss der ja schon irgendwie da reingehen in die Materie und wirklich sich Handwerk angucken und sich die ganzen Dinger holen und sagen, okay, was ist das? Ja, das machen die auch. So weißt du, das machen die, ja, ich weiß. Das machen die. Also es ist krass, dass man sich so da reinversetzt, dass man das schreiben kann. Es gibt zum Beispiel so eine Geschichte, das heißt, irgendwas mit morgen. Gestern war mein Morgen oder Morgen mein Gestern, nee, ein Morgen ohne Gestern, irgendein so ein Titel. Und zwar geht es um meine Frau, die hat Demenz. Und man schreibt als Ich-Form bei der Frau. Also das bedeutet, du bist diese Frau, du liest diese Frau und du bist dabei in diesem Prozess. Und die Autorin hat gesagt, bevor ich diesen Spruch geschrieben habe, ich habe mich jetzt mal mit unzähligen demenzkranken Leuten unterhalten und deren Verwandten und so weiter, um herauszufinden, wie ist das Demenz zu sein wirklich? Das ist das, Alter, das ist echt anstrengende, diepe Recherche, damit es wirklich nice wird. Und da kommen wir wirklich zu, das ist mein Beruf und meine Bestimmung und das ist Business. Ja, ja, das kannst du nicht machen, so nebenbei. Richtig. Das musst du 24-7 leben. Richtig, ja. Das ist hart, Alter. Deswegen ist es gerade so, als Künstler, wenn du halt dann auch nicht die finanziellen Mittel fährst, ich kann mir vorstellen, dass dann so voller innere Konflikte auch entsteht, dass du sagst, ich will das noch geiler machen, aber es geht nicht, ich habe keine Zeit, weil ich nebenbei vielleicht arbeiten muss oder sowas. Das ist halt so, aber wenn du so crazy bist, dass du es trotzdem durchziehst, ich glaube, dann können wirklich behinderte Bücher kommen. Auf jeden Fall. Also ich habe manchmal so Ideen, ich habe zum Beispiel eine Idee, ich habe so mehrere Ideen, eine davon ist, eine Deutsche lebt irgendwo in Bayern, also maximal Deutsch, alles was es gibt und so weiter. Und aus dem Nichts, von einem Tag auf den anderen, kriegt sie den Kopf durch und sagt, ich bin ein Muslimin. Boah, aus dem Nichts, man weiß nicht warum. Man weiß nicht warum. Das wäre so eine geile Story. Man weiß nicht warum. Und die zieht das radikal durch und so weiter. Sie sagt, ich esse kein Schwein mehr, ich bete jetzt fünfmal am Tag und die ganze Familie ist maximal German. Die Frage ist, wie würden die reagieren, was würde da passieren? So, die verstehen die Welt nicht mehr, die sagen, okay, ist sie vielleicht mit einem Muslimin zusammengekommen, betrogen oder hat sie plötzlich jemanden kennengelernt oder irgendwas so. Nichts, wie der Mann recherchiert, guckt sich die Browser an von der Frau, nichts. Guckt in ihre Taschen, guckt in die Wohnung, ist irgendwas da, nichts. Das wäre auch so ein geiler Plot, dass du quasi das Ende wissen willst unbedingt, wenn du das erst wirklich die Spannung aufbauen kannst an dem Ding. Richtig. Und am Ende der Geschichte passiert tatsächlich ein Plot-Twist, sodass du zurücklesen möchtest und du wurdest die ganze Zeit verarscht. Ach, du hast schon das Ende im Kopf. Stark. Oder geiles Ding. Gib ihm. Oder. Gib ihm, ich hole. Schreib sofort, fang an, Morgan. Für dich auf jeden Fall, Morgan. Fang sofort an, ich will das Ende wissen. Eine andere Idee ist, ich weiß nicht, ob ihr das gut findet, das schwebt mir auch jetzt im Kopf, ein junger Mann, Vater, Imam, die haben eine eigene Moschee gebaut und so weiter, so sehr anerkannte Menschen und so weiter, sehr respektiert. Und der junge Mann, der muss bald heiraten. Eines Tages, so klingelt das bei denen, Post kommt, die bekommen ein Paket. Der Vater denkt so, was ist da so ein Paket? Machen auch, da ist eine Videokassette, Videokassette drinne. Warte sagt, was ist das so? Lass mal gucken und so weiter. Machen diese Videokassette rein und er sieht, sein Sohn küssen einen anderen Mann in diesem Video. Wow. Und ich finde, der ist Imam. Der ist Imam und sein Sohn ist eigentlich maximal Muslim. Mit fünf Mal am Tag beten, Hatsch gemacht und so weiter. Ist nur Helal, so alles, was es gibt. Aber er sieht in diesem Video, dass der Junge ein Mann ist. Das ist schon ein geiler Upload. Wie geht's weiter? Genau, wenn du das fragst, okay, dann ist das schon eine geile Story, glaube ich. Max, Videokassette, die ist das? So, die Frage ist, woher kommt dieses Videokassette? Wer hat gefilmt? Was passiert danach? So, Familie, Sitas, wer hat das noch gesehen? Was ist überhaupt, seit wann ist er da drin? Wenn er das, stimmt das wirklich? Oder ist das vielleicht eine Verarschung? Aber es wirklich stimmt? So, was ist mit dem Junge los? Er sagt auch dieses Sohn. Wir haben so ein Ding, wir sagen immer Sohn. Du machst es auch, Alter, ich küsse deine Hände. Sohn. 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 Sohn.